Noobs on! Call of Duty! Black Ops 3! Dann werde ich ihn jetzt aktivieren. Hast ihn aktiviert? Rest Spielzeit 60 Minuten. Da ist er, Alter. Ja, Mann, die geile Ausschau, der Fickbrake. Ja, fick den Ficker. Also, Leute, ich mach noch ein halbes Stünnschen oder so. Ja, halbes Stünnschen und mach Feierabend. Hat jemand was gesagt? Keine Ahnung. Aschlo. Ja, hübsch da runter. Ich bin eine Camper-Fopze. 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 Ey Mo, warum springst du da weg, wenn da hinten einer ist, Mann? Und hör mal auf! Weil ich Angst hab. Vor wem? Vor den Gegnern. Das tut weh, wenn ich Kugeln abkriege. Ich war's nicht, Jakob. Ich war's nicht, Jakob. Was warst du nicht? Ich hab dem Tobias eine Granat hinterher geschmissen. Aber ne richtige. Ja. Also beide. Ich bin so geil, Mann. Krieg ich ein Assist dafür. Ich schieß ihm ins Knie und nichts passiert. Hau raus. Du bist so ein Idiot, ey. Ich hab ne 7er KW, Alter. Ach, der Gegner. Der siegt da durch eine Granate schmeißt und rennt da voll rein, weiß er. Ist ja gut, dann ist ja wenigstens tot. Ne, ne, ein Kumpel von uns. Ein Kumpel? Wer hier wuschelt? Ja, ein Teammitglied. Ich bin voll wegen den Chip geknallt. Alter, ich spiele gerade 7 zu 0, Alter. Wow. Okay, 7 zu 1. Schildeladung. Du bist bestimmt wieder voll am Campen, ey. Kratsch. Ich würde doch niemals campen. Ja. Ich höre ne Schwebeladung. Nein, du hörst ihn gar nicht. Geist. Das ist mein Geist. Okay. Hier hängt es wieder. Kriegsmaschine gestohlen. Hey, ich hab ne Kriegsmaschine gestohlen. Was ist das? Entschuldigung, das ist halt die Wehigkeit. Ich hab nen Kill, ich hab nen Kill. Yeah. Ich bin der Beste, ich bin der Beste. Entschuldigung, Tobi. Ich wusste nicht, was das schöne Waffe ist, man. Ist das ein scheiß Ernst, Mann, ey. Ich hab gerade voll den Killstieg weiße und der tötet mich, Alter. Ich hab mich mitgetötet, okay? Du bist so'n Affe, Alter. Das war bestimmt wieder Timo, der die Blendgranate geworfen hat. Oh, geil, Mann. Ja. Ey, da liegt voll der Arm. Ne, da liegt der Fuß. Ein Fuß mit Blümchen drauf, Alter. Was geht ab? Sexy. Sturm gestohlen. Was ist Sturm? Sturm. Ey, kann mir mal einer... Sturm. Was ist die Blitzwaffe? Ah. Oh Mann, super oft geschossen damit. Kriegsmaschine gestohlen. Ne, der muss... Sturm gestohlen. Ne, der muss die aktiviert haben. Ähm. 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 Wie heißt du? Alter, der geht mir so auf den Sack. Wie heißt du, Tobias? Hahaha. Wie hieß der Aussie nochmal? Sturm gestohlen. Alter, jetzt geht's ab, Mann. Die ganze Zeit nur Spezialwaffe, ey. Alter, wird er mich verarschen, Alter. Ich hatte eben 8... 8 zu 0, Alter. Und jetzt, weißt du... Wie viel hast du jetzt? 4 zu 9. 4 zu 9. Ach Tobi, du bist ein Noob. Ein Black Noob. Der eine ist auch vor allem die ganze Zeit nur am Campen dort, Alter. Hm. Ich bin privat. Ich hab schon ein Teamkill gemacht. Weißt du, was jemand? Sein Gott trefft ihn halt dann, oder? Ich weiß, was Jakob einen gemacht hat, aber der hat schon Grenzen in die Luft. Boah, da kommt eine Granate! Jetzt hab ich nen Teamkill gemacht. Ja, Hass. Boah. Boah, das bist du, Moe. Tut mir leid. Für was? Dafür, dass ich auch lebe. Hoppe. Wie kann ich durch ne Wand erschieben, Alter der Winner. Sente gestohlen. War da. schwebeladung mit der sender zerstört toll jakob den wollte ich töten ja ich habe noch die sense in der hand in den dicken zeigel schocken direkt verblutet kann man weiterspielen ja ja Mathe?